Moin Leute, willkommen zurück zu einem weiteren Account Review. Wir gucken uns heute einmal gemeinsam den Account von dem guten Payne an. Und Payne's Account ist wirklich Payne in einer gewissen Hinsicht, weil der gute Mann hat Luxusprobleme. Zum einen 111 Tage und noch nicht so viel am PvP-Content, das ist völlig in Ordnung, normalerweise für 111 Tage. Aber dann, aber dann gucken wir hier in den Hintergrund rein und sehen Lucifer und Trinity. Also bei Trinity erstmal alles richtig gemacht, der richtige Skin, auf jeden Fall. Andere Skins, wer andere Skins wählt, hat sowieso komplett die Kontrolle verloren. Aber wir sehen auch einen Lucifer und ich sage jetzt vor allem bewusst Luxusprobleme, weil er hat Lucifer, aber kein Leo. Kein Leo und er hat einige Fragen gestellt, nämlich was sind jetzt gute Arena-Offs, die er stellen kann? Schnellere Dungeon-Teams möchte er haben und was sind so allgemein die nächsten Ziele? Gucken wir uns alles einmal gemeinsam der Reihe nach an, würde ich sagen und wir gehen mal direkt in die Arena-Offs rein. Arena-Offs hast du ja auch eine Trinity. Solange du kein Lucifer hast, ist natürlich kein Leo hast, ist natürlich ein Leo-Lucifer. Also wenn du Leo-Lucifer hast, hast du hoffentlich auch schon zu dir rumgesprochen, sollte dann irgendwann mal der Leo kommen. Dann Leo-Lucifer-Off rein und GG, Arena-Offs ist durchgespielt. Ansonsten, auf dem Weg dahin, was ich gesehen habe, ich wollte jetzt dir auch so ein schönes Team bauen und dachte so, ja easy, gar kein Problem. Was dir aktuell fehlt, sind für all die Teams, die du vielleicht, sage ich mal, außerhalb von Lucian-Teams spielst, wo du jemanden die Buffs entfernen willst, Defense breaken, Attack buffen und dann damage die da drüber. Aber das Ding ist, dieser Account hat halt keinen richtigen AOE-Strip. Also kein Monster, was flächendeckend Buffs entfernen kann. Dementsprechend würde ich jetzt erstmal für so den Klassiker gehen, auf den man normalerweise geht. Entweder machst du es hier mit einem Konamiya, die Arena-Offense-Kombination und dann suchst du dir hier hoffentlich noch den Greifen in, ich mache jetzt mal einfach den Lichtgreifen rein, aber es muss der Windgreif sein oder es könnte auch eine Kabila sein, funktioniert auch. Und dann machst du hier einen Fett-Lusion rein, das wäre auch eine Möglichkeit. Oder du versuchst es sogar mit einem Lusion, ich weiß nicht, wie der aktuell geruhnt ist, der ist eher, um Gottes Willen. Okay, gut, der ist gar nicht geruhnt. Ich weiß nicht, ob der Lusion vielleicht in einer anderen Kombination mit hoher Crit-Rate irgendwie geruhnt ist, aber Lusion muss natürlich auf 100 Crit-Rate, ne? Also wir wollen hier Attack, Crit-Damage und Attack, aber Bruder, der muss auf 100 Crit-Rate und mehr Crit-Damage. Eieiei. Okay, das haben meine Augen jetzt fast gar nicht mehr so richtig mitkriegen können. Genau, also hier würdest du dann mal sowas wie Konamiya spielen mit einem Fett-Lusion zusammen, das ist so die Anfänger-Variante, funktioniert auch ganz gut. Ansonsten, was ich gerade gesagt hatte, wo ist jetzt Konamiya da? Ansonsten die andere Alternative, Psamath, zusammen mit dann entsprechend, wir könnten jetzt entweder mit Kabila auch spielen oder einer Megan und dann im Lusion wäre auch eine Möglichkeit, dann geht es quasi in der Reihenfolge das Kabila zuerst, dann kommt die Bastet, äh, beziehungsweise die Megan und dann kommt Psamath und dann erst Lusion. Das wäre noch eine Möglichkeit außerhalb von Luzifer, was mir jetzt so einfallen würde. Du könntest auch statt der 33er Speed Lead von Psamath einfach Schwinity spielen, aber Psamath hat noch die Möglichkeit, so ein bisschen zusätzlich Cooldowns zu erhöhen beim Gegner, sollte er keine Immunität haben. Du hast jetzt keine Möglichkeit, Buffs zu entfernen, aber das wären so zwei Offs, die noch recht alt sind, die man noch spielen kann. Zumindest für dein unteres Niveau hier, in dem du gerade so rumtingelst mit Fighter, sollten Luzifer-Offs noch immer funktionieren. Wenn du jetzt so weiter nach oben gehst, äh, würde ich gucken, dass du jetzt vielleicht auch in nächster Zeit, vielleicht auch über das Event, was du aktuell hast, das Net5-Event, wenn du irgendwie deine Hände bekommst an einen sogenannten AOE-Stripper, also alles, was positive Effekte von Feinden entfernt, das wäre schon ziemlich krass. Du hast natürlich noch die Alternative mit Iselia, das ist so die Free-to-Play-Alternative, die muss allerdings ausgespielt sein auf der dritten, sonst funktioniert die gar nicht gut. Das wäre auch noch eine Möglichkeit, ansonsten alles, was dir da so hilft, ein Chivu. Wir haben hier noch irgendwie, Muur war, glaube ich, auch noch dabei, ähm, und Hegang wäre eine Möglichkeit. Praha eher, ich hab gesehen, du hast Praha und du hast Chivo in dem Net5-Event drin, da können wir gleich nochmal reingehen, wäre auch eine Möglichkeit, aber die beste AOE-Stripper, oder die beste AOE-Stripperin für die Arena ist wahrscheinlich Tiana, und die hast du noch nicht, Tiana, wo ist sie da? Tiana fehlt, als auch Triton nicht dabei, leider auch kein Chong-Pung am Start, also fehlt noch einiges, was so flächendeckenden Strip angeht, du hast auch keinen Gemini, den, äh, den, den Kollegen hier, der fehlt auch, also einige, einige Four-Star-Varianten, die halt noch nicht vorhanden sind, ähm, deswegen würde ich sagen, jetzt am Anfang, wo du jetzt noch wenig Möglichkeiten hast, du könntest entweder die Free-to-Play-Alternative mit Iselia spielen, oder mit Soha, wäre auch möglich, sogar tatsächlich, habe ich gar nicht gesehen, Geogun sehe ich hier auch noch, oh wait, mit Geogun würde vielleicht auch noch einiges gehen, ähm, da müsstest du aber wieder sehr Speed-Tune, also dass deine Monster aufeinander abgestimmt sind, ähm, darauf müsstest du quasi achten, mit Geogun würde tatsächlich auch noch was gehen, dass du Geogun hier noch mit reinwirfst, aber der kann dann gleichzeitig Strippen und Attack buffen, wo ist denn der Kollege? Da, äh, dann hättest du zumindest den Strip und den Attack Buff, du bräuchtest noch was, was Angriffsbalken erhöht, und was dann natürlich noch Defense breakt, also quasi, man könnte Liese hier vielleicht noch mit rein spielen, äh, der würde quasi Angriffsbalken vom Gegner reduzieren, macht das vielleicht noch ganz angenehm, da musst du nicht so viel Speed tunen, und dann würdest du vielleicht noch ein Monster spielen, was Damage macht, das könnte vielleicht khaki sein, äh, dass dann die Reihenfolge so ist, der kommt als erstes dran, das ist das schnellste Monster, er muss dann direkt dahinter, vom Speed her, äh, versucht dann vor allem vom Gegner die Angriffsbalken zu reduzieren, ähm, dann kommt auf jeden Fall der Kollege noch mit dran, vielleicht kann auch Psamath noch direkt dazwischen, also dass Psamath sozusagen als zweites angreift, dass du erst die Cooldowner höher hast, und dann, ähm, und dann könnte man das vielleicht auch so spielen, wäre auch eine Möglichkeit, und dann spielst du halt mit, mit dem Kollegen, oder du kannst auch mit ihr spielen, da hast du einiges, also an Damage-Stil, dann hast du Möglichkeiten, aber eher so beim AOE-Strip, da ist es schwieriger, wäre vielleicht auch noch eine Alternative, die du spielen kannst, so in dieser Richtung, das wäre schon mal das Thema Arena-Offs, und dann gehen wir nochmal auf die Dungeon-Teams, und weil du ja Lucifer hast, müssen wir nochmal über ein bestimmtes Dungeon-Team reden, für den Riesen, äh, Riese habe ich nämlich gesehen, du spielst aktuell sowas, kann man machen, aber ich habe mir auch noch was aufgeschrieben, was du stattdessen spielen könntest, gerade weil du auch Teschar hast, wir könnten das hier mal alles so rausnehmen, äh, wir haben, wir suchen Prilea, 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 die Harpie, also die hier in Wind quasi, haben wir jetzt nicht, ich packe mal Lauren stattdessen rein, Prilea in Wind, wäre dann so, dass quasi erste Runde zieht Prilea, das ist jetzt keine Prilea, aber, ne, wir verstehen, was gemeint ist, erste Runde würde Prilea ziehen, Defense breaken, dann kommt Teschar, Teschar macht, du kannst hier Teschars Crit-Rate enorm senken, noch solltest du auch machen, damit er mehr Damage drücken kann, äh, du hast hier 33er Crit-Rate-Lead, und der Großteil der Monster ist Wasserelement, also kannst du auch nochmal 15 Crit-Rate einsparen, und dann noch ein bisschen mehr, also 48 Crit-Rate weniger, kannst du den Runen sozusagen von 100, also wenn der 52 Crit-Rate hat, passt das eigentlich auch schon meistens so, das würde ich sagen, und das heißt, erste Runde macht sie, zweite Runde dann er, äh, dann kommt hier Kona Mia dran, wo ist der Kollege, den hattest du schon, Kona, genau, der dann wieder die Runde gibt an Teschar, und, äh, dann sollte eigentlich, was Welle 1 und 3 angeht, sollte nichts mehr stehen, also die sollten dann alle weg sein, plus, äh, dass du dann hinten raus noch einen Damage-Dealer spielst, der prozentualen Schaden Single-Target auf gegnerischer Max-HP macht, das kann der Homonculus in Wind sei, äh, doch genau, in Wind, du hast ihn in Wasser, der in Wind ist noch ein Stück geiler irgendwie, zumindest für einen Riesen, den müsstest du quasi umskillen, und dann wäre das auch ein Dungeon-Team, was du machen kannst, das wird auch ziemlich schnell laufen, je nachdem, wie du Teschar und auch den Homonculus geruht bekommst, und natürlich auch Lucifer, das heißt, äh, dann am Boss würde es dann so aussehen, erste Runde sie wieder, dann kommt er dran, dann gibt er die Runde zu Teschar, ähm, dann spielt er, macht er hier sein Zeug, und ganz zum Schluss, ähm, macht der Homonculus seine Fähigkeiten, damit solltest du den Riesen auch gut geknackt bekommen, äh, da gerne auch so ein bisschen an den bestehenden, falls du da bei den Runen noch Schwierigkeiten hast, gerne auch an den bestehenden Teschar-Teams ein bisschen orientieren, aber ich glaube, es sollte recht einfach funktionieren, weil der Lutzer verpasset sich, die ja generell immer wieder Crit, äh, nicht Crit-Rate, sondern immer wieder Angussbalken gibt, immer wenn Schaden passiert, also, das ist nicht so schlecht, also, das könnte man vielleicht spielen, wie gesagt, Vintomonculus, und hier Prilea, die Windharp hier rein, und dann sollte das deutlich schneller gehen, ansonsten, ähm, was ich so gesehen hatte bei dir auf dem Account war, dass du sehr viel, du hast schon ein bisschen Runen gefarmt, ich würde das Runenlager tatsächlich noch weiter voll farmen, bis du bei so 1200 bist, also, dass es quasi voll ist, und dann habe ich ja auch gesehen, dass du dann bald mal vielleicht an den Raid ran musst, weil wenn ich jetzt hier mal schaue, ich hatte, glaube ich, da so ein bisschen Runen spezifischer geguckt, dann fehlten dir irgendwann Schleifsteine, und du müsstest auch mal gucken, dass du wieder ein paar Runen aussortierst, weil das hier zum Beispiel, kann ich dir schon mal helfen, ist direkt Müll, also da ist wieder sehr viel dabei, was du so aufgewertet hast, was du wahrscheinlich gar nicht brauchst, ich tippe mal so, und ich jetzt so sehe, was du so behalten hast, ich vermute mal von den Runen, die jetzt aktuell da sind, äh, von den 940 kann man wahrscheinlich auch die Hälfte wieder aussortieren, weil die nicht gut genug ist, und du könntest noch ein bisschen Runen farmen, vorzugsweise im Riesen. Was ich aber auch gesehen habe, ist, äh, dass du in den Artefakten noch Bedarf hast zum Farmen, 409, also Artefakt-Dungeons sind auch noch nicht so weit fortgeschritten, dass du sie alle farmen kannst, also vor allem auch hier hinten, der, ähm, der Abgrund ist enorm genug gespielt bisher, vom Dungeon des O-Tiles, äh, da müsstest du mal schauen, da gibt es einige verschiedene Teams, vielleicht auch mit Aegar, vielleicht kannst du hier statt dem Wördehiel, weil du brauchst eigentlich die Angusbalkenerhöhung durch Wördehiel nicht, vielleicht kannst du eher Aegar reinspielen, statt Wördehiel, der, ähm, der Vampir-Lord, den man ja über diesen Shop bekommt, hier über diesen antiken Shop, äh, hier hinten antike Münzen, und dann kann man hier hinten bei Monsterstücken, kann man hier Aegar eintauschen, den Kollegen hier, falls du den nicht sogar schon dir geholt hast, ich bin mir da nicht sicher, aber da könnte man vielleicht in dem, in dem Artefakt-Bereich noch ein bisschen nachlegen, weil mit Artefakten kannst du auch eine Menge machen, und das wäre auch so das, wo ich so ein bisschen die Frage fast schon beantworten würde, nächste Ziele, natürlich könntest du im PvP-Bereich, wenn du die Teams hast und die Runen schon klappen, ähm, dass die Monster alle so in sich bündig angreifen, könntest du vielleicht natürlich auch schon in Gold kommen, Alter, wie viele, ich seh's jetzt erst, ich sitz grad davor, äh, er hat einfach 2333 von diesen Münzen, äh, natürlich rein in die Rollen, ne, und du willst hier rein in die Wind rollen, also du willst ja Leo haben, du willst Leo haben, du willst vielleicht eine Tiana haben, also unbedingt Windrollen kaufen, von diesen ganzen Münzen, die du hast, unbedingt, und natürlich Devilmon nicht vergessen, äh, das ist das, was ich hier, was man jetzt mittlerweile auch machen kann, wenn du schon bereits, äh, du musst ja keine Arena-Türme mehr bauen, bist ja Level 100, also Arena-Türme musst du ja sowieso nicht mehr bauen, weil die das ja komplett umgestellt haben, also auf jeden Fall, immer in die Rollen investieren, gerade wenn du das Luxusproblem hast, dass dir Leo fehlt, stell dir vor, du hast einfach Lucifer und dir fehlt nur noch Leo, so ein Luxusproblem hätte ich auch gerne, ach Mann, aber ich bin ein bisschen neidisch, also ich glaube, du hast echt gute RDNet-5s gezogen, auch Trinity ist besser, als viele denken, äh, die ist wirklich, äh, ein gutes RDNet-5, äh, die, die ist zwar ein bisschen schlechterer, Absamath, aber gerade in der RTA kann man damit auch Speed-Teams bauen, ähm, die so ein bisschen für Damage unterwegs sind, also da gerne auch nochmal unbedingt diese, die Funktion hier nutzen, habe ich auch schon öfter mal gesagt, wo du denn mittlerweile auch mehrfach aussuchen kannst, das bedeutet, du könntest jetzt hier auch deine Trinity einmal sammeln und dann den Lucifer dazu, ich weiß nicht, ob es solche Teams sogar gibt in der Welt Arena, ich kenne ja auch nicht alles, aber vielleicht gibt es ja auch Leute, die gemeinsam spielen, und in einem höheren Bereich, guck mal hier, geht schon direkt los, und da sehen wir hier Trinity, wir sehen Lucifer, eine Kabila, gut, das hier oben ist ein anderer Attack-Marm-Booster, müsstest du halt ersetzen mit einem anderen, und dann hast du hier ein Monster mit Talisman, gut, der macht natürlich anderen Schaden, aber vielleicht gibt es auch noch Leute, die irgendwie normalsterbliche Kombos spielen, das wäre, wäre auch hier, ja, hier mit Leo, ne, ja gut, dem ist, also ich glaube, wenn du Leo findest auf dem Account, du hast Trinity und Lucifer, wenn du hier Leo finden solltest, ich glaube, Leo ist ein richtiger Game-Changer für deinen Account, natürlich brauchst du dann auch noch die Runen, das wäre natürlich auch noch wild, aber soweit erstmal, nächste Ziele also würde ich sagen, du kannst in der Arena schon ein bisschen mal dich rumprobieren, auch ohne Lucifer und Leo, aber wenn du den hast, den Leo, oh mein Gott, im Net5-Event würde ich sagen, wenn du jetzt gerade im Net5-Event unterwegs bist, hol dir vielleicht einen AOE-Stripper, kann dir nochmal ein bisschen mehr Breite geben, könnte interessant sein, du hast hier die Möglichkeit, Chivu zu wählen, und noch viele andere tolle Monster, aber ich glaube, Chivu könnte dir noch mit am meisten helfen, weil du fast gar keinen richtigen AOE-Strip hast, wäre die Möglichkeit, den zu wählen, ansonsten als nächste Schritte würde ich sagen, Riesen weiterfahren mit dem besagten Team, Artefakt-Dungeons weiterfahren, damit du überhaupt welche bekommst, Drohnen aussortieren, und dann haben wir es schon wieder, dann war es glaube ich, ein ganz guter Schnellüberblick über diesen wirklich sehr coolen RDNet5-Account mit 111 Tagen erst, ich frage mich tatsächlich, ob diese Monster so einfach gezogen worden sind, weil wenn, dann warst du, dann warst du wieder insane lucky, es ist wieder einer dieser Accounts, Freunde, der wieder insane lucky war, aber der auch schon ein bisschen PvE-Progression hat, also ist nicht so schlecht, in dem Sinne, ich sage danke für die Unterstützung auf Patreon, und sollten wir das Video wieder auf YouTube bringen, dann auch danke für die Aufmerksamkeit an die ganzen YouTuber hier, Ich hoffe, dass diese Account-Review-Formate euch weiterhin gefallen sollten, wenn dem so ist, vergesst den Daumen auf dem Video nicht, und wir sehen uns gerne im nächsten Video wieder, haut rein, bis dann, ciao.